Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich kann jetzt den Zeug von wo Wir sind beim Fahrsimulator so ein bisschen erfahren Hier oben ist Hier kommt gleich eine Taurus, oder? Da hinten, oder? Oder? Ich habe gerade etwas gehört Die Taurus hat gerade gehornt Ist mit Sound auch Wo ist denn die Taurus auf einmal hin? Der Fahrsimulator ist auch geil Der fremst ab Ich habe der Talent auch, oder was? Ja, da ist auch Da oben sitzt man in der Kamera Wo ist die Kamera? Ja, da ist die Kamera Ich höre irgendwas, ich höre irgendwas Und ich muss ja Fotos machen, deswegen Oh, da kommt was Oh Oh 11.44 Herr, wo ist die Taurus hin? Wo ist denn die Taurus auf einmal hin? Die war doch gerade hier Hier Ja Aber dieser Fahrsimulator macht echt Spaß Also wenn ihr auch mal da hin fährt Dann könnt ihr das auch mal machen Gokko Ja Ich habe jetzt Ich habe Kleinbahn Was es gibt Oh, da fährt auch eine Lok Ich kann das nicht sagen Dieses Mal gerade in Fahrsimul hat er gefahren Dieses Mal gerade in Fahrsimul hat er gefahren Ist das jetzt 20, 30 oder so? Ich kenne die alten Loks nicht so Leute, deswegen Fifflau hast du diese Bahn für Fifflau Echt? Ja, der steht auf dem Steck Aber wo ist denn die Taurus auf einmal hin? Die muss jetzt hier auch gleich kommen Super gegen uns Oh, da fährt auch was Oh, da fährt auch was Turmwagen Gamer Was? Turmwagen fährt hier Was? Turmwagen? Turmwagen oder so Was? Ich glaube wie der heißt Ist er auch Hey, wo ist denn die Taurus auf einmal hin? Die Taurus muss ja auch nicht groß sein Ja Leute, ich bin Profi, was Zugfahren angeht Also Okay, Profi nicht, aber Ich habe gesagt, ja ich muss ja Ich muss das so die PCB bestätigen Das finde ich cool Wo kommt denn die Oh, hat sich gerade die Weiche gestellt? Oh, der Zug fährt hier ab Oh, der Zug fährt hier ab Aber wann kommt denn die Taurus Da war doch gerade eine Taurus Ich habe es gerade gesehen Oder fährt die hier rüber? Warte mal Kann sein, dass die Taurus hier fährt Nee, hier ist ja gut Ja Taurus Horn bitte mal Hey, hey Guck mal, die hat so gefürcht, dass die Führerstatt mit was von der Kamera Führerstatt mit was von der Kamera Die hat irgendwo an der Kamera Oder fährt der Dornschock auf Geil Und das andere Horn bitte auch noch Oh, guck mal, die Dornfock zieht ja echt das Eine Hoch und oben Von da haben wir das Und ja, in die Lockhorns wirklich so, wie im Train Simulator Die fährt da jetzt auf die andere Seite rüber, oder? Das ist die Bremserung Für die Leute Ja, voll Der fährt jetzt da rein, oder? Warte mal Der kommt dann da drüben wieder raus Ja, der kommt dann hier wieder raus Hey, wir hätten hier fluss, dass wir die Fertkamera aufbauen müssen Ne, das geht nicht Oh, nicht Da oben Oh, wie, oder? Der Mann hat's mal Das ist die Funde, das ist der Lockstrom Und das ist der Wer ist schneller, die Dampflocken, oder der? Wer ist schneller, die Dampflocken, oder der andere? Ja, okay, der andere Warte, komm mal, warte Da siehst du ihn gleich gleich, da sind die Tunnellöcher drin Ja Da siehst du das Ja, das sieht man ihn Was ist da drin? Heute mal kein, äh Heute mal kein Oh, guck mal, da ist so ein kleiner Wagen da Heute mal kein Trainspotding Guck mal da Es ist Sonntag heute Guck mal, da ist der kleine Wagen da Der kleine Wagen da, sieht man das Alter, was ist das für ein Zug? Ich kenn mich dann überhaupt nicht aus Mit diesen kleinen Züge mit diesen alten So Da zeig ich dir gleich noch was Die B-Wagen, so alte Interregio glaube ich sind das Fleischmann Echt? Wo 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 das Ding an die Bahnschranken gehen zu So So Jetzt kommt hier was Oh, die Dampflocken kommt schon Ja und die Tauchus Die Tauchus Die Tauchus hupt schon wieder Tauchus Wo hat sie den Bremsladen Dann hat sie sich gerade da vorne Er hat die rote Ja, die hat rote Ja, die hat rote Tauchus 12,16 10,16 Noch 10,16 12,16 mit 4 Stromabnehmer Wie man vielleicht erkennen kann Mit dem Schweizer Wagen Mit dem Schweizer Wagen Mit Panoramawagen Ey, die Tauchus Die Tauchus hupt einfach hier Aber der Hier noch Verschiedene 7,16 0,0,4 Herr Railcher Das ist die 10,16,4 Die vierte Und 12,16 12,16 12,16,0,0,1,8 Ist das 11,16,0,0,1 Die Lok würde ich auch gerne mal in echt sehen 11,16,0,0,1 Die erste Hier 2 Ja, hier ist 10,44 Hier Verschubloch Ok, hier ist nichts Besonderes mehr Hier noch ein Triebwagen Hier noch ein Triebwagen Ja, das ist ein bisschen eine andere Stimme Wie du da bist Wie gesagt Hey, komm jetzt drauf her He 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 Die hornt auch schon Ich nehm ich Ich film das alles Ich lad das auch hoch Damit ihr das auch seht Warte So Ich weiß Der fährt ab Weil Nacht wird Weil es Nacht wird Weil es Nacht wird Leute, bis später Ist das ein Gößerwagen? Ja, ist ein Gößerwagen Bis später Dann flog locker Und die Zielstation Wow, was hier alles Wo, wo, wo? Wo ist das jetzt? Hm Sorry, ich denke ich habe Ich habe das Lust Egal Aber Es kann nicht Wann auf Rosenbach Noch irgendwas Wann auf Rosenbach Wann auf Rosenbach Ist da da drüben, oder? Wann auf Rosenbach ist da Wann auf Rosenbach ist da Wo ist die Brücke da ist, oder? Hier da, Flop Hör mal auf Rosenbach Hier ist der G fianfeld Es kann nicht Rechnaut Cool Stoffen, oder? Ja Bis zum Saison Freit Was ist denn drüben? Was ist denn drüben? Das ist Maria Rhein, das ist sie an der Bolz, Maria Rhein. So, die Schläger nach oben. Oh, 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 oh. Diesel-Triebwagen. Der fährt auf einen echten. Oh, 50, 22. Echt? Der wird dann drüben anhalten. Warte mal. Der ist sofort dumm. Der kommt dann hier. Unten, glaube ich. Der kommt, glaube ich, da. Der wird jetzt anhalten. Warte, kommt der? Der wird rausgeschissen. Ich glaube, der kommt nicht. Ja. Du musst ein bisschen warten. Es geht ja durch die Wand durch. Wie war's? Durch ein Tunnel. Und kurz und kurz. So, da war grad dieser Diesel-Triebwagen. Der kommt jetzt hier. Der müsste jetzt kommen hier. Der müsste jetzt kommen. Oder? Doch, ich höre was. Ich höre was. Jetzt kommt er, oder? Kommt, ich höre. Ich fahr nicht mehr. Vielleicht kommt der Diesel-Triebwagen da. Schon die Luft? Oh, da drüben. Zugbegegnung. Live auf Kamera. Schon die Luft? Ja, einfach. Du bist jetzt aber nach hinten und 50. Einfach. Das ist ja nicht passiert. Die Tauchhausfahrt noch rüben. Jetzt werden sie gleich hucken. Ich glaube, es ist... Das ist ja die Luftfahrt. Oh, schau, da kommt er. Die 1144. Okay, ich fahr jetzt. Oh, eine Kamera. Die ist Computer gesteuert. Hey, warte. Kannst du schon noch mal ein Video angefangen? Bitte. Verschiebe. Verschiebe. Verschiebe die Lok, Leute. Verschiebe weiter in den Bahnhof. Mal den Bahnhof machen hier rein. Verschiebe weiter in den Bahnhof. Ja, mal den Bahnhof machen hier rein. Ja, ich glaube, die kennen den Bahnhof. Vom Aussehen her. Oh, der fährt hier. Aber der muss ja noch ein bisschen weiter fahren. Da stellt sich die Weiche vielleicht. Dann. Und weiter geht's. Warte. Oh, hier machen wir die schwule Lok. Ich sehe schon. Fährt er jetzt weiter? Warte, du denkst. Ich glaube, ich höre was. Aber es kommt nicht wieder. Oh, nein. Da wird sich das Signal wieder umstellen. Warte. Jetzt damit sich wieder umstellen. Signal. Oder ist das so laut? Signal stellt sich wieder um. Das Museum ist sehr schön, Leute. Da gibt's nicht nur... Kannst du verlinken? Ich verlinke dir einfach die Seite. Ihr könnt es euch mal angucken. Wirklich sehr schöne Anlage hier. So eine Anlage hätte ich auch gerne. Ich habe so... Ich habe nicht so eine gute. Aber ich werde bald eine bessere bauen. Warte mal. Ist das ein kleines Absteckgleis? Das ganz drüben da. Beim Bahnhof drüben. Ist das ein Absteckgleis? Aber hier steht so ein Gößerwagon. Da ist ja kein Foto drin im Simulator. Weiß nicht. Bis gleich. Jetzt die Schöten. Der Schöten... Ja. 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 Das ist eine große Bogen. Ja. Das ist der Ort. Mach mal das. Was? Es wird jetzt hier Nacht. Ihr seht schon, wie es dunkel wird. Hier kommt der Gewicht wieder. Wie in Farkhamsee, ich weiß nicht, ob diese Anlage noch gibt. Ich brauche immer meine Lutsche hier. Lass das, weil wir waren vorhin noch Essen. Aber, ja. Die Sonne geht unter und es ist finster. Hier ist grün. Oh, Nachtschicht. Was ist denn das für ein Staubsauger? Jetzt haben wir wieder Staubsauger. Verstopfungen. Jetzt ist es ganz finster. Jetzt ist es Nacht. Und überall brennt Lichter. Jetzt ist es sehr dunkel. Jetzt siehst du die Signale hier noch? Das sind auch Signale? Ja. Weiß ich. Was ist das hier? Bis gleich. So Leute. So war ICE. Und wenn der Stefan hier auch sieht. Weil ich schicke sie auch. Ich schicke sie noch bei Whatsapp. 2095. 2095. Jetzt bleibt er wieder stehen. Da drüben ist der Bahnhof Rosenbach. Ich zeig's dir mal ganz kurz. Da drüben. Da wo ich jetzt hinzoome. Da ist aus der Fazze. Okay, ist nicht so gut nachgebaut. Aber geht ja nicht besser. Ja, und. Die ÖMDC. Die Dampflok. Die Dampflok. Guck mal, da ist Wasser drin. Reingeregnet. Da. Nein. Geht ja nicht, oder? Doch, klar geht's da noch. Ja. 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 Geh wirklich. Die Daurus hub schon wieder. Die Daurus hub schon wieder. Die Daurus hub schon wieder. Nein. Immer wieder. Ja. Das ist echt cool. Ja. Ich muss einfach mal was da drin. Ja. 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 Das ist ein ICE. Wir haben immer den Preis. Ja. Da oben der Helikopter, vom IMPC, da hast du eine Mikrof. Ja. So hier Helikopter. Stefan, ihr ICE... Ich. Guck mal. Der fährt den Karwankentunnel. Der ICE fährt den Karwankentunnel. Der Karwankentunnel? Und da fährt einfach meine Domenflok in Rosenbach. War ja mal. Und die 20,95 schafft es nimmer auch. So, jetzt ist die Logoschmiss. Ein Güterzug. Die Logoschmiss sind geblieben. Oh, die Logoschmiss sind so alt. Es zerfällt gleich. EC, kommt da wieder. Ja, kommt da. Das steht LCE. L-T-B? Ja, das steht L-T-E. Ja, was? Warum? 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 Ich möchte nicht näe. Echt? Warte, ich muss hier ganz kurz ein Foto machen. Was? Ich muss hier ganz kurz ein Foto machen. Hier kannst du steuern, die Lok. Nicht so schnell. Du darfst, du kannst hier sogar steuern. Ach, geil, du kannst hier sogar steuern. Hier, schau, eine SBB-Lok, eine Schweizer Lok. Eine Dampf-Lok hier drüben noch. Warte, du musst hier ein Bahnhof ganz, fahr ganz vor. Alle Wagone, da passen nicht alle Wagone rein. Weiterfahren. Das finde ich cool, da kann man selbst, kann man selbst steuern. Warte. Fahr einfach jetzt hier durch. Okay, so. Ich dachte, ich hätte nicht verletzt. Komm mal hier, einander steuern. Komm auch, der andere Lok. Hier, hier. Doch, warte mal, hier ist auch noch ein Schalter. Hier ist auch noch ein Schalter. Aber wenn, das ist... Bitte nicht in die Anlage drücken. Ja, warte, hier kann man auch drehen. Oder ich weiß es nicht. Was sind das? Ganz alte Wagen, oder? Ja, dann kann man das... Oh, warte, wir haben auch vergessen. Na, was ist das? Mann, lass das. Na, falsch. Ihr MPC, hallo, hier, Doktor. Wie ist der, ich mal? Geh mal Vollgas gleich, wenn da freie Strecke ist. Das ist so viel, wenn das nicht. Aber jetzt gleich wieder... Ja, ich muss bei dem Haus, das ist ja gar nicht gut. Da draußen auch, oder? Ja, wir warten. Boah, Alter. Wir haben ja gehört, dass sie steht hier. Was ist das hier für eine Haltestelle? Was ist das für eine Haltestelle? Ja, das ist der Feldkirchen in Kärnten, aber das da drüben. Und das da drüben... Ich sag's, feierst du. Das gibt's zu kaufen bei Kleinbahnen, glaub ich, gibt's das zu kaufen. Können wir auch machen. Wieder anhalten. So. Was ist das? 20,50. Ja. Bis später. Was ist bei der ÜBBA-Rausflug? Was ist das für eine Haltestelle? 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 Überall geht jetzt wieder heißer Licht aus, wenn ich jetzt hierherzähl. Mhm. Was ist das für eine Haltestelle? Was ist das für eine Haltestelle? Was ist das für eine Bergstrecke? Was ist das für eine Haltestelle? Was ist das für eine Haltestelle? Ja? Was ist das für eine Haltestelle? Was ist das für eine Haltestelle? Ja. Was ist das für eine Haltestelle? Ja. Ja. Warte mal. Kommt da. Da fährt jetzt der eine. Da ist der eine vorne. Da muss aber, wenn der nur einer fährt, kommt er da hinten wieder raus. Dann kommt er da wieder raus. Ja, da dauert es da oben noch immer. Ihr wartet schon die ganze Zeit. Echt? Das ist perfekt. Oder genau. Der Strom ist bitte all. Komm weiter. Der Strom ist alles. Bitte, wir setzen uns noch. Drei Minuten. Okay, zwei Minuten lang. Bist du aufholmen die ganze Zeit? Oh. Was kommt denn da? Da ist auch mal das Signal um. Echt? Oh, ja. Da fährt jemand. Da verdammt es. Klar, dann müssen sie gleich wieder fahren. Hm? Komm mal den Strom. Ab. Ja. Die wird vom Computer gesteuert. Oh, ja. Guck mal. Hey, geh fort. Geh fort. Du willst ein bisschen aufnehmen. Die Darmflok. 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 Ach, tiefer da rein. Schau. Guck mal. Das ist ein sehr cooles Jahrhundert. Ja. Das ist ja mal wieder. Ich muss nicht mehr reden. Gleich. Eine Minute. Oh, oh, oh. Sorry. Ist grad... Ist grad... Ist grad... Das ist eine Vorführung, wo eine andere Frau fällt. Also... Ich freue mich jetzt. Ich freue mich jetzt. So. Ich muss nicht mehr reden. Vielen Dank für die Darmflok. Okay, die haben wir noch schnell und dann gemacht. Ja, wir müssen jetzt gehen, Leute. Ja. Hat Spaß gemacht. Guck mal, da oben ist eine Höhle. Da ist eine Höhle drin. Okay. Ich fahr jetzt zum Bahnhof. Hüfflein. 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 Bremsen. Ne, wir fahren. Ja, wir werden warten. Aufs Abstehtlein. Wir werden das warten. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 16 Minuten, komm, wenn wir uns das gerne kommen. Ja. So, das habe ich jetzt... Ja, dann wird das sehen wir. Ja, dann wird das sehen wir. Hm. Warte, dann ist das noch. Komm, komm. Komm, komm.